Als Landtagspräsidentin und zuständige Energiebeauftragte des Landes Salzburgs freue ich mich auf einen Gast, unseren lieben Nachbarn und Freund, den bayerischen Energieminister, Josef Friedmann. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier alle gemeinsam an unserer Zukunft arbeiten, länderübergreifend sozusagen. Lely, du hast das versprochen. Sag's ihm. Ich weiß, ich mach's. Okay. Okay, heute. Unser Proof-of-Konzept beweist, wir werden die Ausbaustufe schon in drei Jahren erreichen. Und wir beweisen auch, dass wenn wir Nachbarn Bayern und Salzburg an einem Strang ziehen, die Energiewende ist machbar. Ohhhh! Biogas ist unsere Zukunft! Was macht dein Muttern? Wo? Na, geh weg mit dem Marzipan, wie kannst du so was Grausliches essen? confirming Bl slop … … Wer wird den Hof da? Susanne, bin gleich bei dir! Herr Muhe? Herr Muhe? Frau Landtagspräsidentin, Herr Nussbauer, auf die gemeinsame Zukunft! Tom!